Gamer Typen, die jeder kennt. Der Mitlenker. Hey, mein rechts geht nicht richtig. Ich bin mal weg, man. Warte mal ruhig. Der Wannabe-Profi. Okay, wir sind da. Alles klar, ich bin Offset. Straight Command, Straight Command. Okay, shoot, double shoot, double shoot, double shoot. Wir sind im Menü, wir suchen nur einen Spieler auf. Da oben, da oben, da oben, da oben. Alles klar, weg von der CPU, alles klar, weg von der CPU. Okay, hab ihn. Doppeltime, doppeltime. Okay, hab den Spieler ausgesucht. Der, äh, Ausredensucher. Guck mal, der ist locker. Der ist locker. Das ist irgendwie auch so, Alter. Yes! 4-0. Ist das überhaupt ein Originalding, Alter? Das ist nicht von Sony. Ich hab denselben, der war bei der Playstation dabei. Das sind 11 Nummer, Sony hat immer 12 Nummer, Seriennummer. Guck mal, das ist hier alles verklebt, die Scheiße. Fatsch verklebt, das glauben wir ihm hier. Das ist gar nicht, der ist... Das ist gar nicht ausgeprittet, siehst du das wieder nach links? Der ist doch super. Der Ahnungslose. Wer bin ich, blau oder rot? Blau. Wobei, läuft nicht. Was mach ich mit dem zweiten hier? Erstmal auf den Bildschirm gucken, mit dem zweimal so gar nicht. Wo ist der Schießen? R2. Wo ist der R2? Der Ausraster. Yes, Alter! Bam! Ich hab's gesagt, Mann, keine Chance. Mann, nicht anfassen, Mann! Was ist los, Alter? Was? Was? Haha! Komm, da kriegst du ja noch eins, ey. Kriegst du gleich noch eins? Mann, nimm den! Mann, nimm den! Mann, nimm den! Wo ist der? Er ist vorbei! Ich bin Angst! Schwier dich, schwier dich! Zabaladim! Zabaladim! Was? 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 Sorry! Der Abgelenkte. Mach mal kurz Pause, bitte. Was? Warum Pause? Spiel mal. Mach mal kurz Pause, bitte. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Für was, Dicke? Warte, ganz kurz. Ein, nur ein. Alter, komm schon. Du musst nur ganz kurz Facebook gucken. Komm schon, was denkst du mir? Du bist Bill Gates oder was? Du tippst nicht mal. Dann kannst du kein Selfie machen. Na für was? Ich will kein scheiß Selfie machen. Der Freundinhinhalter. Rashid, wir müssen zu meinen Eltern. Ja, gleich, gleich, gleich. Rashid, Rashid, kannst du mal den Müll runterbringen, bitte? Baby, ich hab den gestern runtergebracht. Rashid, das Essen ist gleich fertig. Kommst du runter, bitte? Ja, wir haben gerade gar keinen Hunger, Baby. Ich muss es fertig machen. Rashid, meine Eltern warten. Ich muss das Level. Ich kann jetzt nicht gehen. Nicht jetzt, okay? Du musst mir 10 Minuten geben. Ich brauch 10 Minuten. Aber ich kauf dir auch das neue Fever 16. Alles klar, Baby. Yo, also wenn du zockst und wir zocken und ihr zockt also alle zusammen. Nächste Woche kannst du bei uns im Programm die ganze Woche online FIFA 16 gewinnen. Und was zockst du eigentlich gerade zur Zeit? Würde uns interessieren, also einfach mal ganz schnell kommentieren. Hier drunter. Rashid, ich mach jetzt das Teil einfach raus! Was dann machst du? Baby, was ist los? Was ist los? Was ist los? Lass uns das Level noch gut, okay? Check Dima, hast du dich unter Kontrolle? Check Dima, hast du dich unter Kontrolle? Ich hab letztens so ein Sketch-Ris. Ich bin Check Dima, hast du dich unter Kontrolle? So, ich bin chauvinistisch. Check Dima, hast du dich unter Kontrolle? So, wenn du dich unter Kontrolle sagst du? Hahaha! Hahaha!